So, und da wären wir schon. Auf geht's ins Getümmel. Tende wie krumm, limmel. Also klar. Als ich den direkt geschafft habe, einfach die Piste zu holen. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Hilfe. 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 Okay, der wird gleich auch kaputt. Ach so, die Scheiße. Okay. Ja, das war vielleicht dann doch gar nicht so Ah, guck mal, da sind zwei Zeitkästen mindestens auf jeden Fall drin. Natürlich habe ich die mit der Nitro-Kiste erwischt. Wow. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Zeit ich hier jetzt habe. Ich habe da überhaupt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Okay. Zack, weg. Ah, okay. Hui. Und Jump. Oh, okay. Das war ganz schön knapp, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt nicht, diese eine Stelle, wo die ganzen Kisten waren, die ich mit dem Auspuffzeichen hätte, aktivieren können, ob das gute Kisten waren. Also gute Kisten sind wirklich Zeitkisten gerade. Alter, ja, okay. Also mir fehlt hier so in dem Level tatsächlich so ein bisschen der Flow. Wow. Oh, nein. Ich war eben schon im zweiten Sprung leider drin. Ah, ich hätte hier jetzt Superman haben können. Das wäre auch echt gar nicht mal so ungeil gewesen, muss ich sagen. Wenn ich mir das mal so angucke. Ja, okay. Ja, ich bin in die Zapfen reingesprungen. Scheint wohl für den Tod zu reichen. Hilfe! Okay. Ja, wie ich das geschafft habe, zu überleben. Aber ich habe einen Weg gefunden. Oh. So. Boah. Himmelarsch. Ach, guck mal, das ist schon das Levelziel. Geil. Ich habe es einfach mal beim ersten Mal geschafft, oder? Alter, was war das denn? 53 Sekunden. Ja, da ist es auf jeden Fall viel Zeit drin gewesen, ja. Alles klar. Ja, geil. Einfach mal beim ersten Versuch. Das ist echt der Hammer. Wow. Ich bin so ein bisschen beeindruckt. Auch ein bisschen stolz, muss ich ja sagen. Wie kurz das Level war, ne? Alter, Vater. Ich dachte, ich wäre jetzt so bei der Hälfte gewesen. Ja, geil. Gut. Alle Innenstelle haben wir ja auch. Das war ein kurzes Gastspiel. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach Sheeppens. Äh, Moment. Einmal nochmal gucken. Was fehlt uns hier dann noch als... Okay, maximal dreimal Sterben fehlt uns noch hier. Ja, natürlich 3 Minuten 15 haben wir jetzt hier Zeit. Das wird ein bisschen länger dauern, weil... Ihr mit Coatex spielt. Ja. Toll, ne? Ich freue mich auch. Nicht. Äh. Na gut, vielleicht geht es ja genauso gut wie eben. Nein, natürlich nicht. Vor allem, ich hätte da mir auch nochmal einen Superman holen können. Hätte die Zeit wahrscheinlich auch nochmal ein paar Sekunden verringert. Und, was ich mir auch noch vorstellen könnte, diese, als wir auf der Seilbahn waren, diese, ähm, Ausrufezeichenkisten. Wenn die materialisiert worden wären, wenn das alles Zeitkisten gewesen wären, dann wäre da auf jeden Fall auch noch echt einiges an Zeit drin gewesen. Und ich habe den Flow nicht gefunden. Das heißt, ich bin da echt sehr hakelig durch das Level gesprungen. Die Bandicoots kommen. Sag, ich muss zum Pass. Auf gehts. Ja, super. Oh, super. Entschuldigung. Mein Fehler. Hallo. Na, ist egal. Wenn er mir, ich mümme. Ui. Nein. Dab, dab, dada. Hallo. Na du. Das machen wir jetzt anders. Zack, zack. Ja. Auch dumm von mir. Dankeschön. Nein, ich bin zu dumm. Tut mir leid. So. Wir brauchen hier nichts. Ja, wobei, wir brauchen sowohl was. Scheiße. So, okay. Zack. Ach, fuck. Nein. So, was machen wir denn hier? Zack, zack. Ja, super, Dennis. Ich hätte doch erstmal hierhin gesollt. Ah, komm, wir gucken jetzt erstmal weiter. Irgendwie wir schaffen es, oder wir schaffen es nicht. Ah, die Erfahrung, die ich jetzt hier sammle, die kann mir natürlich dann keiner mehr nehmen. Gebleibe ich, richtig. Böser Geist. Ach, das war die Geschichte. Ja, 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 ja. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Das war das erste Level-Kontext, was wir gemacht haben. Okay. Ja, das ist gut, dass das erste war. Ich bin schon wieder dumm. Es tut mir leid. Wie gesagt, aber wenn es hinterher an den zwei Sekunden scheitert, bin ich froh, wenn ich bin schon wieder verkackt. Ich muss erstmal hierhin. Brauche ich noch was, irgendwas? Nein, gut. Ja. 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 Oh, je, je, Hilfe. Okay. Nein. Idiot. Ja. Ah. Okay, okay, okay. Die Stelle ist vielleicht dann doch gar nicht so easy, wie ich mich erhockt habe. Na, ich hab's schon wieder verkackt. Ich versteh's einfach nicht. Das Problem ist, das ist ein bisschen widersprüchlich für mich, weil um schnell sein, aber da darf ich nicht schnell sein an der einen Stelle, um halt die zwei Sekunden zu kriegen. So, aber jetzt schaffen wir's. Jetzt denk ich vielleicht dran. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wie lohnt sich das, ist die Frage, ne? Zack, zack, zack. Ui, lalalala, lalalala, lala, lala. Lala. Na, komm. Na, los schon. Na, los schon, genau, Dennis. So, das war zwar unnötig, aber ich hätte sonst einen Sprung nicht geschafft. Wo schießt du dich denn selber hin, sag mal? Was ist denn mit dir kaputt, Junge? Na, egal. Schon wieder verkackt. Einmal dran gedacht und dann ist das Thema durch. Nein! Ah, ich dachte, der macht noch seine Fußwabbelei. Ah, mein Fehler. Run, Baby. Ja, so einfach klappt es dann leider doch nicht, wie ich mir das vorstelle. Das ist aber auch nicht das erste Level mit Cortex, das glaub ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ich hab jetzt aber irgendwie anders in Erinnerung. Was ich in Erinnerung hab, weiß ich zwar selbst noch nicht so genau, aber ist ja egal. So, so. Zack. Zack. Puss. Zack. Schuss. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Gut. Nein! Nein! Und los. 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 Hilfe. Okay. Wie hab ich das denn überlebt? Sag mal. Ich hab keine Ahnung. Aha. Ah ja. Ah ja, ah ja. Okay. Wie auch immer. Oh nein. Nicht so ne Scheiße jetzt hier wieder direkt zu Beginn. Das muss ja wirklich nicht sein. Hilfe. Scheiße. Ja. Dumm. Ging schon gut los, weil irgendwie hat das nicht funktioniert mit dem Draufspringen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nervt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Oh, das denn jetzt nicht funktioniert. Das funktioniert doch im Zimmer, oder nicht? Oh, gemacht. Gimbleiben. Zack. Zack. Dankeschön. Hup, hup, hup. Ach, komm. Nicht dein Ernst, oder? Dumm. Ja, aber mein Fehler. Hat er wieder gepennt? Na. Also mit Cortex krieg ich eine Maske, ne? Das ist richtig. Ich weiß nicht gerade nur, ob das Sinn macht, den jetzt irgendwie nochmal aufzuopfern, die Maske. Ob es dann irgendwo nochmal schneller geht, ein Schrittchen. Hilfe. macht es überhaupt Sinn, dass ich die, die, die Auspufferzeichenkiste, überlege ich gerade mal, dass ich die überhaupt optimalisiere. Hat das irgendeinen Sinn? Irgendwie hätte ich das, das Bestreben, es zu tun, aber ob es Sinn macht, das habe ich mir nicht bekannt, hinterfragt, um ehrlich zu sein. Hilfe. So. Scheiße. Ah. Das wäre ja egal gewesen. Eigentlich ist das grundsätzlich egal. Wenn ich die Maske noch habe, dann kann ich mich einfach nämlich da durchbashen und dann einfach nach, nach rechts laufen. So. Zack. Weil ich muss mir da eh keine Gedanken drüber gemacht, hab ich mir ja immer gesagt, weil sie geht dann ja sowieso kaputt mit der T, mit der Nitro-Kiste. Die Frage ist halt nur, gilt das auch für, ach shit, gilt das auch für, ähm, das müsste ich wahrscheinlich so machen, zack, zack. So spreche ich mir nämlich die Auspufferzeichenkiste. Nein, gilt das nur für die Sachen, die ich jetzt halt quasi mit Crash nicht einsammle? Oder jetzt hier die zwei Sekunden, die da oben ja auch sind, gehen die dann auch damit kaputt? Das weiß ich nicht. Vorausgesetzt natürlich, ich mach diese Kiste am Ende kaputt. Da kann ich jetzt eigentlich so einfach, scheiße. Nein, ja, Idiot, Idiot. Ich wollte eigentlich, also ich wusste jetzt nicht, ob ihr gesehen hattet, was ich jetzt vorgehabt hatte. Weil ich kann mir nämlich echt ordentlich Zeit sparen, glaube ich. Ich war jetzt ja schon bei 30 Sekunden, was ich jetzt schon gar nicht mal so als schlechte Zeit empfunden habe, als ich bei Crash war. Und ich habe über drei Minuten Zeit, von daher ist es... Auch das Level ist nicht so schwer. Aber ich baue gerade wieder ziemlich viel Scheiße. Aber hey, was soll's? Was kostet die Welt? Was kostet eure Zeit? Nicht gar nichts. So, zack, zack, zack. So, zack. Fuck, fuck. Und sowas mag ich halt, ne? Dieses nach und nach immer gucken, wo man noch ein bisschen was rausholen kann. Ich habe jetzt echt lange kein Schwarzblit mehr gehabt, deswegen war es jetzt vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt von alleine wieder zurückgegangen. Das ist geil. Trotz sagen, dafür schwende ich jetzt hier die ganze Zeit, die ich jetzt gespart habe. was ich auf jeden Fall gerne machen würde, ist, hier durchkommen, genau. Und jetzt einfach hier nehme ich hoch. Weil von der Zeit her ist das ja gar kein Thema. Ich habe hier auch wieder 30 Sekunden. Ja, da warten. Okay. Das hat funktioniert. Scheiße, die zwei Sekunden sind jetzt so riskant. Der ist auch noch zu holen. Reicht, meine TNT-Käste kaputt zu machen. Keine Ahnung, ob diese Ausrufezeichen-Käste mir irgendwas bringt. Die drei Sekunden will ich auf jeden Fall haben. So, 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 so. Vielleicht sind wir im Wasserfall auch nochmal 430 Sekunden die ich mir sparen kann. Ach, muss das denn jetzt sein? Ach, guck mal. Das war, das war geil. Das war einfach vor allem. Scheiße. Ja, das war dumm. Das war dumm. Da konnte ich nichts für. Weil, die scheiß Decke da im Weg war, wo so ich ein bisschen das Level zu Ende Sachen machen kann. So, so. Ja, super. Echt, Mann. Warum kamen den da jetzt nur? Aber das war ich auch selbst schuld. Ach, Mann. Also, die Stelle mit Crash, die hält mich da doch noch etwas länger bei Laun, als ich dachte. Ja, ja, der war zu hoch. Was hab ich mir dabei jetzt gedacht? Das ist wahrscheinlich gar nichts. Ach, Mann. Scheiße, 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 Scheiße. Diese dumme, ich hasse die Zeitmaske. Echt. Ich mag sie wirklich nicht. Jetzt hab ich wieder Zeit verschwendet, bis zum Gehti mehr. Also gäbe es keinen Morgen mehr. Na, leck mich doch nicht. Ja. Mann. Das ist schon im normalen Level echt ein Problem mit der Zeit, ne? Also mit der Zeitmaske. Weil ich das dann immer ein Stückchen zu früh gemacht hab oder ein Stückchen nicht zu früh. Also, dann halt zu spät, ne? Weil ich das mit dem Timing einfach nicht so gut raus hab. Und wenn Timing und Timing und Timing noch dazu gezählt werden müssen. Das ist jetzt auch gerade echt kein guter Versuch von mir. Ja, vielleicht komm ich da auch direkt wieder. Muss ich mal testen beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Ah, ich glaub, viel kam da auch nicht mehr. So, 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 lalalalalalong, lalalalong, long, 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 dö, 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 dö. Nein! Du, so mein Idiot. Alter, ich hab, ohne Scheiß, ich hab nach oben gezeigt. Ich mach jetzt hier auch jetzt mal einen Cut. Gut, sehen wir uns gleich hier wieder, ne? Bis gleich!